hallo was mein schicksal ist so soll es sich im kaffeesatz wieder spiegeln gut ich sehe eine blume rose hier ja blume rose steht so für liebe harmonie was dir jetzt in nächster zeit wieder fähren wird ist sie so ein wald wurde in so einen wald gehst oder in seiner natur kann es ja dass du naturlob machst zu zweit vielleicht oder eben freundeskreis oder auch alleine ja um die seele halt baumeln zu lassen ja du wirst halt nette bekanntschaften machen auf deiner reise und ich sehe so einen ansatz von wie soll ich sagen oder stier vielleicht dass du mit so einem sternzeichen da konfrontiert wirst also mit so einer person die dich ein bisschen beeinflussen werden hast du vielleicht ein auto oder fährst du momentan viel auto ich würde dich bitten im verkehrten müssen vorsichtig zu sein ja das war's bis zum nächsten mal